So viel zu Helden. Brainiac war kaum bezwungen, da ging die Debatte los. Sollten wir ihn töten? Am Leben lassen? Ich konnte keinen weiteren Krieg zulassen. Also lief ich los. Mit der Speed Force. Brainiac wollte das Universum für sich. Also brachte ich ihn an dessen Ende. Doch ich rannte weiter. Ich musste allein sein. Dann hörte ich eine Stimme. Es war Jay und die anderen Speedster. Eine Krise steht bevor, sagte er. Doch wenn wir schnell genug sind, können wir gemeinsam das Multiversum retten. Ich dachte, ich rannte weg. Dabei lief ich auf etwas zu. Es ist gut, wieder an Helden zu glauben.